MIBA ist eine internationale Größe in der Motoren- und Fahrzeugindustrie. Wir produzieren Teile, die weltweit zum Einsatz kommen in Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen, Zügen und auch sogar Kraftwerken. Unsere Technologie macht diese Produkte effizienter, umweltfreundlicher, leistungsfähiger und komfortabler. Mein Name ist Andreas Bromberger und ich beschäftige mich für MIBA mit disruptiven Innovationen und Technologien, insbesondere mit Digitalisierung und Industrie hier vorführen. Bei den Reibsystemen sehen wir uns als Technologieführer. Reibsysteme sind wichtige Bestandteile von zum Beispiel Getrieben oder Bremseinheiten und an solche Systeme werden hohe technische Anforderungen gestellt. Unsere global tätigen Key Account Manager haben früher sehr viel Zeit gemeinsam mit unseren Kunden in die Auslegung solcher Systeme investiert. Wir arbeiten sehr eng mit unserem Vertrieb zusammen und haben hier Potenzial zur Effizienzsteigerung und Standardisierung gesehen. Wir haben die Problemstellung analysiert und als Lösung eine Software zur systemgestützten Entwicklung realisiert. Dadurch haben wir einheitliche Standards und eine vollständige Transparenz innerhalb unseres Designprozesses. Dadurch ist es uns gelungen, die Entwicklungszyklen zu reduzieren und die Produkte somit schneller auf den Markt zu bekommen. Zeitgleich werden lokale und individuell gewonnene Erkenntnisse weltweit zugänglich gemacht und somit das Know-how gesichert. Früher wurde die Lösungsentwicklung manuell durchgeführt. Heute, aufgrund der Software, haben wir mehr Zeit für die wirklich anspruchsvollen und vor allem kreativen Tätigkeiten, was wiederum unser Kunde in effizienteren, komfortableren und besseren Produkten spürt. Die Software ermöglicht uns eine engere und vor allem transparentere Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Digitalisierung richtig angewendet wird, dass davon alle profitieren können und der österreichische Standort langfristig gestärkt wird. Die Software ermöglicht uns eine engere und vor allem kreative Kunde.